Hey, du! Du denkst, du bist in der Elo-Hell? Nein, du bist einfach nur scheiße und spielst zu wenig Games. Break wäre ab. Oh, mein Gott! Inhuman Reactions! Ohohohohoooo! Ich kriege Heiros vom Flash. Ja, da ist er. Ah, sehr gut. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Was, das Nest! Holy Shit! Habt ihr das weh gesehen? Was ist das? Ja, also... Oh, mein Gott! Auto so machen, ich mache so, aber... Over. Meine Freundin hat jetzt mehr LP als ich. Jetzt lacht sie mich im Bett zweimal aus. Harte Zeiten, Bruder. Okay, jetzt passt auf. Watch this shit, guys. Ich hab ne Kombo, ich hab ne Kombo, ich hab ne Kombo. Ich hab ne Kombo, ich hab ne Kombo. Go back. Ich versuche zu spielen. Probier das doch, töte dich nicht so, wenn ihr könnt. Wie leb ich noch? Wieουν ich noch die? Wie? Alter, hier, lasst du? Super! Alter, Alter, Alter. Alter, Alter! Alter, Alter! Opening, sagt er. Und dann komme ich cool. Das bin ich zum Season-Start. Und ein Vogel aus purem Goldflug heran. Was macht ein Sicherheitsmann in der Nudelfabrik? Ein Sicherheitsmann in dem... Das ist so feig, ist so groß. Er passt da auf. Der Fist-Height-Maniac hat die falsche Antwort genutzt. Hier habe ich euch eine Übung vorbereitet, bei der trainiert wird, eine 2 gegen 1 Überzahl auszuspielen. Bye! Alter, holy shit, mal in den Zähnen. OOOH Ich hoffe... Jetzt kein Flash, die sieht hin, ob ich mov... Ok Nein, ok Kann doch, kann doch Oh mein Gott Oh mein Gott, wieder ey Ok, wir haben gewonnen Oh mein Gott Also meine Hose, es ist sehr eng im Raum, also wirklich. Ein mega geiles Game. Das war geil. Like everyone my age will just grind out the classroom. It is a Sion-Scripter! It is! It is! Wait, what? It's a Sion-Scripter! What? Schliess! Ihr habt alle im gleichen Haus drin, dann komm ich mit in euer Haus. Hat da gerade jemand... Ja, ich hab das Klicken auch gehört. Ja. Oh, ich bin der! Oh, ich bin der Ding! Freddy? Freddy will, glaub ich, für immer mit uns spielen. Ja. Vicky, du hast den. Ich hab den nicht. Ach, lauf, Vicky. Lauf. Ich glaub, die Jet war links. No, Bro, ich hab den Geal kreuz genommen. Nope. Nope. Das ist Cypher. Cypher anhit doppelt. Ausbrechen! Lauf! Nicht! Okay, thanks. Ja, der hat mir kurz gesagt, ich muss nächste Runde nicht mehr ganz so scharf schießen. War kurz das Feedback von ihm. Ihnen ist aufgefallen, dass es unfair für die anderen Spieler ist. Und ich soll mich ein bisschen mehr zurückhalten. Äh, das Team hat sich beschwert. Ne, halt Formel-Complain. Ich hab zu viele Kills gemacht. Dein unbeliebtes Zuschauer, der heißt Cassios Linkerschuh. Und der Kerl hat noch nicht einen produktiven Beitrag zum Stream geschehen. Der trollt, egal wann er da ist. Wait, ist dieser Cassios Linkerschuh, das ist doch der, 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 wo du immer gesagt hast, ne? Der bringt keinen Mehrwert und so. Warum ist er jetzt in meinem Chat? Naja, viel Spaß. Äh, Sub. Was? Ja, ja. Warum ist er bei dir, Sub? Bei dir nicht? Natürlich nicht! Cassio! Rausch da jetzt! Nope. Piggy, piggy, oink, oink, motherfucker! Okay. Okay. Was ist klasse. Go, no way. Nein. Ich bin... Ich bin... Ich bin stuck. Wait, ich bin stuck! What?! Ich war voll stuck! When the pimps in the crib, ma... Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Harder carry? Harder carry! 12 Jahre alt. Der kleine Frederica sitzt beim Guild Wars 1 spielen. Mit seiner Kriegerin Diana Ravenforest, die falsch geschrieben ist, an zwei Stellen, weil er kein Englisch konnte. Aber der Name war ihm nicht mehr cool genug. Etwas Englisches soll er. Etwas mit Klang und Namen. Und so wird No Way geboren. No Way for you. Beekommen, beekommen. Oh mein Gott. Nee! Nee! Stopp! Ich geh! Ich geh! Bye! Bye! Nope! Bye! Problem? Ja? Oh shit, ich bin ja Schatko. Ich darf ja nicht AFK sein. Oh, no, 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 no. Schaff ich das noch? Hm. Warum nicht sind die da jetzt nicht in Wäden? Hello there. Mein Gott, nee! Ich bin zwar nicht Gloomando, aber wenn ich dich sehe, brennt mein Schwanz. So, das wäre hier mit Berlin. Woah, woah! I want to see what I'm about. Yeah, I got skills. Do it for the thrill. I'm on the paper route. Extra, extra read about it. I'm today's trending topic. I put comments over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They try to black on my blessings. They thought I lost to stepping. I bet on me and my team. ISO is...